E-Mails schreiben im Pipeloff ist nicht schwer, das kann jeder. E-Mails aus Vorlagen heraus, im Pipeloff zu schreiben, ist auch noch nicht schwierig, das kann auch immer noch fast jeder. Wirklich tricky wird es, wenn man an viele Leute Mails verschicken möchte. Wie das funktioniert, schauen wir uns an, und zwar auf drei verschiedene Arten und Weisen. Im Video Nummer 1 schauen wir uns an, wie man Mails verschickt aus Automatismen heraus. Also man verschiebt zum Beispiel einen Deal in eine andere Phase oder man erledigt eine Aktivität oder füllt irgendein Feld, also irgendeinen Trigger braucht man, irgendeine Aktion im Pipeloff, die den Mailversand startet. Im Video Nummer 2 schauen wir uns an, wie man die Mailingliste verwendet. Was ist der Unterschied zwischen dem Mail aus Automatismen und der Mailingliste? Automatismen haben immer einen einzelnen Trigger und die Mailingliste verschickt ihnen auf einen Knopfdruck sozusagen bis zu 100 Leute gleichzeitig eine Nachricht. Beide dieser Arten Mails zu verschicken, verschicken Mails von ihrem eigenen E-Mail-Server. Das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass sie nicht gleichzeitig verschickt werden. Ja, erkläre ich Ihnen dann. Video Nummer 3, da schauen wir uns an, wie man aus einem Newsletter heraus Nachrichten verschickt. Newsletter, Sie kennen alle Newsletter, bekommen uns, die haben auch unten den Unsubscribe-Button drinnen, das ist im Pipeloff die Campaigns-Funktion. Da schauen wir uns an, los geht's. Wir beginnen mit dem Mailversand aus Automatismen heraus. In meinem Testsystem habe ich da hier ein eigenes Feld, das nennt sich First Day Pipeloff Club. Der First Day Pipeloff Club, das ist ein Club für unsere Mitglieder, für unsere Kunden, da können Sie, ja, da haben wir so Webinare und Videoplattformen ist dabei und noch ein paar andere Sachen. Premium Support, falls Sie nicht mehr mit dem Support chatten wollen und so weiter und so weiter. Können Sie mal anschauen. Den Link werde ich irgendwo reinposten. Das ist der First Day Pipeloff Club und unsere Schützlinge, die müssen davon wissen. Und deswegen haben wir da ein eigenes Feld. Wenn Sie sich das Feld anschauen, da steht drinnen eingeladen, Mitgliedschaft beantragt, Mitglied werden und nicht mehr anschreiben. In unserem Fall möchte ich da jetzt ein automatisiertes Mail rausschicken und in unserem Fall nämlich an den Herrn Van Beuden. Los geht's. Eingeladen und speichern. Das hat jetzt schon mal das erste Mail getriggert. Und ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, aber da hat zufälligerweise meine E-Mail-Adresse hinterlegt. Und schau, da ist es schon. Einladung zum First Day Pipeloff Club mit mit einem Button da hier. Und dieser Automatismus, den wir gebaut haben, der ist noch nicht zu Ende. Der Automatismus schickt nämlich noch ein zweites Mail, und zwar in dem Zusammenhang, wenn da jemand draufklickt. Also wenn da jemand draufklickt, das in unserem Fall landet man da beim First Day Pipeloff Club, da wird das ausgefüllt. In unserem Live-System geht das ein bisschen anders. Können Sie auch einmal ausprobieren. Jedenfalls, der Trigger war für das zweite Mail, dass jemand auf diesen Button daherklickt. Das heißt, ich gehe wieder zurück in meinen Posteingang, warte ein wenig und schon kommt das zweite. Bitte schön. Herzlich willkommen zum First Day Pipeloff Club. Das ist jetzt nur ein Beispiel, logisch. Aber ich zeige Ihnen jetzt, wie das aufgebaut ist. Dazu gehen wir zurück in unseren Pipeloff, und zwar zu den Automationen. Die drei Punkte auf der linken Seite, Automationen. Dann in die Automatisierungen rein. Die, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, das ist die. Schauen Sie mal. Kontakt wird aktualisiert, haben wir gesagt, haben wir als Trigger. Die Bedingung ist, im First Day Pipeloff Club wurde der Wert geändert zu eingeladen. Und dann verschicken wir das Mail aus der Vorlage heraus. Die Vorlage müssen wir zuerst erst stellen, klar. Und dann wartet er auf eine Bedingung, nämlich, dass im E-Mail der E-Mail-Link angeklickt wurde. Also E-Mail-Link wurde angeklickt, wurde geändert zu Ja, heißt das. Maximal eine Woche wartet er. Das geht leider nicht länger. Ist halt so. Aber innerhalb von einer Woche muss halt jemand draufklicken. Und wenn das jemand tut, dann verschickt er gleich die zweite E-Mail. So einfach ist das. Wir haben noch die zweite Automation, dieser Spurkomplexer. Und so machen wir das in unserem Live-System. Schauen Sie mal. Der Kontakt wird aktualisiert. First Day Pipeloff Club wurde gerne dazu eingeladen und dann wird das Mail heraus verschickt. Bis dahin ist das gleich. Das ist jetzt auch noch gleich. Der E-Mail-Link wurde angeklickt. Ja. Aber das, was er dann macht, ist, er erstellt uns daraus eine Aktivität. Weil wir zuerst kontrollieren müssen, weil das nur für unsere Kunden ist eigentlich. Oder solche, die es noch werden wollen. Informationen, dann wissen Sie, was die finden. Ja. Jedenfalls, eine Aktivität erstellt. Und dann warten wir wieder, bis eine Bedingung erfüllt ist. Nämlich, dass der Aktivitätsstatus erledigt wurde. Ja. Dann soll er uns erst die zweite Mail verschicken. Ich zeige Ihnen das jetzt nochmal schnell. Schauen Sie mal. Wir gehen nochmal zurück zu den Kontakten. Wo sind wir? Da sind wir. Da. Jetzt füllen wir ein. Pipe auf Rate wahnsinnig viel. Neuigkeiten bei den Einblicken. Na, sehr schön. Ich habe in letzter Zeit schon öfters gehört, dass es manche Leute stört, dass da so viel kommuniziert wird momentan. Manchmal ist es besser zu viel als zu wenig, aber wissen Sie. Ansichtssache. So, wir laden mal ein. Wir laden jetzt ein den Herrn Binder. Der hat nämlich auch meine E-Mail-Adresse. Sehr gut. Also. Wir haben gesagt, wir haben dieses Feld. First the Pipeloff Club. Wert hinzufügen. Jetzt sage ich da hier eingeladen. Speichere das Ganze ab. Jetzt wird das erste Mail verschickt. Das dauert jetzt ein bisschen, bis das herum synchronisiert wird. Aber ich gehe mal auf einen anderen Monitor, jetzt in meine echten Mails. Moment. Dazu müssen wir da. So, ich bin jetzt in meine Mails. Ich klicke wieder auf den Link drauf. Sehen Sie jetzt nicht, aber egal. Ah, schauen Sie, wie schnell es gegangen ist. Haben Sie gesehen. Aufgabe ist erstellt werden. Mitgliedschaft prüfen für Christoph Binder. Und ich erledige die als markiert. Jetzt öffnet sich logischerweise die Folge auf Aktivität, wie immer. Klicke auf Abbrechen und dann wird das zweite Mail verschickt. Mail ist noch nicht synchronisiert worden. Dauert ein bisschen. Aber ich sehe es natürlich da hier bei meinen Gesendeten. Also wenn du da draufkriegst, schaust, die zwei Mails sind rausgegangen. Ah, beim Norbert Blüben, der ist hinterlegt mit meiner BD-Experts-Adresse. Ich sehe es da nicht. Aber alle beide Mails sind es raus. Sehen Sie? So einfach ist das. Und im nächsten Mail schauen wir uns an, wie das ist, wenn man vielen Leuten gleichzeitig Mails verschicken möchte. In dem Fall geht das ja von meiner eigenen E-Mail-Adresse aus. Das heißt, ich könnte da ja locker reingehen zu den Kontakten und sagen, ich möchte da jetzt an alle möglichen Leute gleichzeitig Mails verschicken. Nämlich da hier, indem ich das ändere. Nämlich, indem ich da hier einfach beim First-Day-Pyper-Club mit Massenbearbeitung die Leute jetzt einlade. Ja, da gehen auch Mails raus. Aber das hat einen entscheidenden Nachteil. Nämlich, dadurch, dass es verbunden ist mit meiner eigenen E-Mail-Adresse. Ja, also auch mit meinem eigenen E-Mail-Server. Bedeutet das, dass er in der gleichen Sekunde jetzt in meinem Fall nur drei Mails schickt. Das ist kein Problem. Wenn das aber 30 sind, dann haben wir ein Problem. Oder wenn das 100 sind, dann haben wir noch ein größeres Problem. Und deswegen müssen wir da eine Funktion verwenden von PipeRef, nämlich die Mailing-Liste. Ja, sonst landen die Mails im Spam, weil unser E-Mail-Server auf eine schwarze Liste kommt. Ja. Wie das genau ausschaut, das zeige ich Ihnen im nächsten Video.